einen wunderschönen willkommen zum heutigen abend willkommen zum themen sonntag und ich hoffe ich mir zu hören ich weiß es nämlich nicht ich habe keine ahnung wie ich jetzt gerade ankommen denn ich habe heute umgebot den rechner von da nach da den neuen rechner nach da und ich weiß nicht ob das alles so hörbar ist oder nicht deswegen vielleicht etwas mit hilfe wenn ich zu leise sein sollte gegenüber dem spiel bitte sagen weil ich glaube das geht jetzt erwarte ich kann jetzt sowas machen so wenn ich also zu leise sein sollte dann bitte bescheid geben oder zu laut dann kann ich hier was tun aber ich scheine gut zu hören zu sein wir spielen heute den ersten teil indigo park ist ein kostenfreies spiel wahrscheinlich sind alle anderen chapters ein bisschen heute habe ich gewuselt ohne ende und ich muss das auch noch ein bisschen einstellen hier genau es ist kostenfrei aber ich mach mal ein bisschen leise auf meinen ohren es ist kostenfrei die anderen kapitel werden mit sicherheit dann kostenpflichtig werden sei sogar teaser und wir schauen uns das ganze an indigo park wahrscheinlich danach noch ein anderes spiel lassen wir uns überraschen übrigens ja ist noch ein anderes mikrofon kann auch daran ich teste und das wird jetzt so ein paar tasen wir spielen auf dem neuen rechner und ich sag mal viel spaß es ist leider englisch komplett aber gucken wir mal gucken wir mal für all who journey to this newfound paradise we welcome indigo park offers a slice of the american dream to call your own in this place echoes of days gone are brought back to life as a new generation captures a glimpse of the exciting potential of tomorrow indigo park pays homage to the values jesus dreams and unwavering truth that gave rise to our great nation here you embark on the journey of a lifetime a place of creativity joy and fantasy where your dreams so 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 Geiler Soundtrack. Birds of a feather. Schauen wir mal. Find einen Weg in den Park. Wie gesagt, wir spielen auf dem neuen Rechner. Es war haufenweise Arbeit. Kann ich den hier noch ein bisschen... Jetzt ist halt ein Bild. Ich höre Geräusche. Sollte passen, ne? Ja, okay. Ähm... Genau, war haufenweise Arbeit. Sehr viel Arbeit. Blut und Wasser geschürzt. Wir können ein bisschen hüpfen, können wir. Okay. Du brauchst das ein bisschen zu schnell. Können wir das noch einstellen? Bestimmt. Hier, ne? So. Oh. Jetzt gucken wir sicherheitshalber nochmal, ob... Ja, Untertitel soll. Okay. Mindestens was. Naja, ist genauso schnell wie vorher. Aber ist egal. Das sieht gut aus, ne? Wobei, der Themenpark ist schon lange abgerissen, wie es scheint. Ach, das ist... Ich dachte, das hängt mit meinen Bewegungen zusammen. Ruhe, Ruhe. Was ist das hier? Enjoy your stay. Ist ein bisschen pixelig. Das macht ihn ja irre. Da läuft... Läuft doch irgendwas. Oh. Achso, warte mal. Wir gucken mal, ob wir irgendwie was an Tasten so noch haben. Kontrolle. Äh, Key Bindings. Springen, okay. Sprinten, Flasher, interagieren. Nichts mit schießen und so. Okay, das, 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 das gefällt mir. Schon mal Pluspunkt. Hi there. And welcome to Indigo Park. The world's most innovative and engaging family fun experience. Jump into the world of your favorite character. Wait. You're our first guest in 2,920 days. 4 hours, 23 minutes and 38 seconds. Congratulations. I'm Rambly. Rambly the Raccoon. Hey, Moment. Weil ich es gerade sehe. Ja, ist ein bisschen anders. Weil, von euch aus gesehen, ist es jetzt so... Ne, von mir aus gesehen. Hauptmonitor. Zweiter Monitor, wo ich den Chat sehe und so weiter. Das war schon immer so. Und daneben ist eine Lampe. Die ist da. Sieht man das? Wo auch immer meine Hand ist gerade. Da in die Richtung. Entschuldigung. Ähm, also da. Wie auch immer. Die ist jetzt aber verdeckt durch einen anderen Monitor. Warte mal, den könnte ich noch ein bisschen runterdrücken. Besser? Nein, das hatten wir noch nicht. Also nicht bei mir. Jetzt ist es aber so tief. Das hatten wir noch nicht, das Spiel. So, weiter. Okay. Ja. Ja. 100%. Okay. Dieses Grr, Grr, Grr. Das macht mich kirre. Das ist vom Laufen. Jetzt nicht. Hä? Was ist das? Das Grr ist öfter. Lass uns in die Entry-Way. Ach so. Hm. Hör auf. Mein Fehler. Das Grr ist nicht öfter. Es scheint, dass ein Error-Message aus der Grr ist, von der Grr des Power-Unit. Glücklich bist du. Du bist die erste Person zu versuchen, unsere Generator-Mini-Randley-Venture. Viel Spaß! Ist das dunkler geworden? Aber hier ist Strom. Der geht hier lang. Der ist da. Der geht hier rein. Der geht hier rüber. Die Tür war Rat ihm noch zu. Ah! Der Indigo-Violet-Kompakt-Power-Generator. Aber die Reflektion. Es scheint inoperativ zu sein. Es sieht, wie es ein Stück fehlt. Kannst du es finden? Da fehlt ein Teil. Es ist zum Glück nur hier drin, die Tür ist zu. Cool! Ja. Ah! Ich nehme mal das hier. So! Ein Gear. Richard-Gier. Oh! Das Laufen! Okay. Für real ist es Zeit. Willkommen in Indigo Park! Die Geräusche machen in Kirre, oder? Okay. Wir haben den schon und den da. Rangers-Only? Silly Ramly! Every guest needs a Critter-Cuff! That will allow you access to reserve areas, charge payments to your room and wear a Critter-Cuff! I think there's some in the gift shop. Head in there and I'll get you set up! Okay. Oh, jetzt ist es offen. So. Können wir die alle mitnehmen? Gibt nicht. Haben sie aber Mühe gemacht hier, ne? Mauer Licht an. Und er ist kaputt. Was? Warum ist das hier so kaputt? Ja, mach ich gleich. Ich guck erstmal, ob hier noch was ist. Zum Beispiel. Oh! Der da. Ach, ich darf hier gar nicht hin. Jetzt bin ich hier oben. Guck mal hier, Schlüsselanhänger. Cool. Ich sag ja. Ganz viel Liebe zum Detail. Hat da aber gedauert. Ja, ja. Da ist kaputt, da ist zu. Ah, du bist was zu sammelst. Sehr gut. Hast du einen Information-Kiosk? Bist du nicht in einen Information-Kiosk? Kann man die Knopfe drücken? Nein. 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 Hm. Dieses beim Laufen, das ist so irritierend. Muss das so? Guck mal, hier kommen wir an der Eiferwand. Das ist seltsam, oder? Was haben wir denn hier hinten? Gucken wir mal hier. Hier ist dunkel. Oh. Na toll. Na toll. Molly McCaw. Cool. Okay, auf Klo müssen wir mal. Auf Klo müssen wir nicht. Ne, müssen wir nicht. Grauenklo. Was ist das hier? Nochmal Collectible. Ja. Pardon our dust, buddy. Looks like the park is going through some... Da-da-da. Renovations. For the inconvenience, your Rambly Tuesday discount will be... 3% off. Why not celebrate this great deal with a ride on my railroad? To test your sleuthing skills, I'll let you find this one all by yourself. Ähm, okay. Aber der ist schon süß, der Waschbär, oder? Ich dachte, ich kann ja fahren und nicht laufen. Mann, 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 Mann. Racial data suggests you may be a bit older than the target audience for this ride. But it's one of my favorites. Do you know why Rambly, the raccoon, loves Rambly's railroad target? Because I like trains. Wow. Hi. Ach, diese Warteschlangen-Dinger hier. Lass mich raten, ich darf nur in diesen einen Wagen. Okay. Super. Arm, birdie. Okay. Oh, look. It's Molly McCaw. It's Molly McCaw. The greatest pilot you've ever saw. You sure are, Maul. Why, you only crashed into six barns this week. I'm not crashing, Rambly. I'm barnstorming. What's barnstorming? It's crashing with soil. It barely hurts us at all. Say, those young adventurers you've got along with you look like train pilots. Why not try your hand at flying in my ride? Ruf, how crazy. And mission included with computer cops. Oh, is schon tot. Oh, Finley, come on out and greet the people. Hi, Rambly. Why the long face and body? You've known me for 100 years, Rambly. I'm always long, because I'm always longing for a new seashell for my collection. Oh, Finley, you should come out of your shell. How about you come into it instead? My ride, Oceanic Odyssey, will teach you all about the wonders down under the deep blue sea. It's as blue as me. I hope you'll visit. I'm so lonely. Oceanic Odyssey, early clothes for repairs. Oh, that's so beautiful. Entspannendest. Oh, fuck. Steht hier. Alter. Ich folge mal, der Strupp. Ich hab ein Zahnrad hiervon. Wir brauchen aber zwei. Guck mal hier. Yeah. Das ist noch ein Zahnrad. Super. Ich glaube, jetzt haben wir es gefixt. Ja. Oh, ich habe es gar nicht gesehen. Das ist Blut. Du und Schulzler. Yeah. Hey, da, Lloyd. Do not shave me with that common folk name. I am the proud, the prestigious, the professional Lloydford L. Lyon. Actor extraordinaire. Great act, Lloyd. Of course it was. I'm the real star. Oh, sind wir schon fertig? Nein, das geht klar. Ach da, warte mal. Ich muss hören. So, what do you think? Pretty fun, right? Now you know all about my friends. And Lloyd. So, where do you want to go? And Lloyd. Ich hätte gern, ähm... Ähm... Wenn das unsere Fotos sind. Von unserer Fahrt. Wo sitzen wir? Und wer ist das da? Jetzt habe ich ein bisschen murmeliges Gefühl hier. Meinst du, dass er Serienmörder ist? Nee. Das ist unser Freund. Oh, die Uhr ist kaputt. Und Vollmond ist. Was machen wir denn für ein Geräusch? Ist Weihnachten oder was? Jingle Bats, Jingle Bats, Jingle all the way. Oh, was Spaß, es ist zu reisen in einem wunderschönen Stad. Buddy, komm hier. Nee. Ach so, ich komme da gar nicht rein. Das hier ist ein Informationskiosk. Ja. Wenn es irgendwas im Park gibt, das du mir übern willst, stopp hier und ich rammel über das. Okay. Oh, oh, ich habe das. Ich weiß das Kommerz von mir. Ich hab das. Es ist das Unlimited Edition Bramley, das Raccoon Raction-Figure. Push him down und he jumps. Push him up und he doesn't. Holy, $19.99 at your favorite toy store. Oh, a Molly plush. She's always been my best friend. Did you know she builds planes in her landing pad at the park? And then she crashes them. She's so talented. Okay. Eww, boy. Ich glaube, er kann Leute nicht leiden. Congratulations. You found me. Don't I look at adorable. Ramble ears. Those used to fly off the shelves. That care is pretty damaged though. Keep your eyes peeled. There's gotta be at least one more mint condition set out there somewhere. Like a yard sale. Nee, ist leider nicht auf Deutsch. Sonst hätte ich's auf Deutsch gestellt. Es tut mir leid. Ich hoffe, dass die Vollversion Deutsch bekommt. Aber es hält sich ein bisschen in Grenzen. Ich glaube, das ist bewusst so mit dem. Okay, da komme ich hin. Echt? Aber ich habe gerade gar nichts anderes gemacht. Ich muss das Ding hier noch tunen. Also ist ja nicht so. Warte mal. Warte mal. Wir können ja hier ein bisschen spielen. Warte mal. Nee, das nicht. Das nicht. Wo ist denn das? Wo ist das? Sowas hier zum Beispiel. Oder Sowas hier zum Beispiel. Oder Sowas hier zum Beispiel. Keine Ahnung, ob funktioniert. Ich höre es nicht. Oder was ist hier mit? Damit kriege ich bestimmt nicht verschnupft oder so. Ähm. Oder so. Möglicherweise. Spielzeug. Okay, weiter geht's. Oder ich muss das andere Mikrofon rausholen. Das kann natürlich auch sein. Das war in Kombination mit dem Mixer hier. Gab's halt die Kopfhörer, wo die Ohren viel zu groß sind in den kleinen Muscheln. Und dieses Mikrofon, was hier ist. Aber irgendwie... Äh, ich muss mich damit erst mal aufwärmen. Hallo. Jawohl. Jinglebelt. Aber bis jetzt ist noch nichts Gruseliges passiert. Glaube ich. Hat man überhaupt die Sachen gehört, die ich da gemacht habe? Weder. Haben nicht funktioniert, oder? Weil dann muss ich noch was... A Friendly Wrangler. Nein, hat man das überhaupt gehört, was ich gemacht habe? Nee, ne? Weil das muss ich noch alles durchspielern. Oder anders, äh, das Verkabeln. Ach so, okay. Hat man gehört, gut. Ja, das Schöne ist... Wo war denn das hier? Es gibt hier eine... Aha. Das mit der Musik ist so seltsam. Ähm. Bringen Sie bitte eine Million Euro im blanken Euro-Schein. Ohne fortlaufende Seelenummer. Ähm. Irgendwo war das doch hier. Oder? Nee. Hehehe. Ja, okay. Weiter geht's. Wir müssen einen Wrangler finden. Was auch immer ein Wrangler ist. Was mit dem Lösegeld, oder? Das sieht nicht gut aus. Hm, Törtchen. Hm. Ich hoffe, das sind nur Kräuter da drauf. Nach der Jeans-Huse. Vielleicht kommen wir jetzt da durch, in das Theater. Wegen Lloyd. Toller Ladebildschirm. Ach, ich dachte, der ist schon geladen. Das ist der LED. Okay. Strahlen. Scheinwerber. Okay. Das ist aber ein wirklich echter Lloyd. Das war aber kein Comic, Lloyd. Hey, buddy. I've got eyes all over the park, but I can't see anything behind the stage. We're going back there. Be careful. Your Critter-Cuff is not yet able to resuscitate you. Was? Critter-Cuff? Okay. Was ist denn hier hinter der Tür? Nichts. Oh. 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 Oha, freihändig. Oh, jetzt nicht mehr. Schade. Okay, jetzt wird die Musik ein bisschen gruselig hier. Jetzt habe ich ein kleines bisschen Angst. Da ist er. Der hat aber Krallen. Alles okay, Mietze-Kätzchen? Muss das so mit dem Ton? Ich kann mir das nicht vollbereichen. Guck mal kurz, ob das so mit dem Ton muss. Kopfhörer. Ja. Okay, jetzt muss das Output-Device. Wir haben nichts zum Einstellen. Das klingt so... ...gewollt. Bin ich gerade erschrocken? Ich werde mich bestimmt gleich ganz doll erschrecken. Oh, das klingt gerade wie die komischen Flatterviecher gestern bei Star Trek. Oh, hier der Start. Nein, Leute! Ich beinahe habe ich aber Schwein gehabt gerade. Schade, dass man nicht in die Schränke gucken kann. Was ist das da? Und das ist der Schlüssel. Okay. Gerade da gehaucht. Oh, oh. Ich muss hier wieder raus. Der läuft da draußen. Ach, du Gott. Mami? Nicht weiter. Mami? Mami? Ja. Das war's. Das war doch vorhin noch nicht so. Oh Gott, diese Stille. Das steht da vor der Tür, pass auf. Er ist hinter mir. Nimm mir. Nimm mal mir. Was denn du? Hä? War das meine Uhr? Meine uralte Uhr? Bambi? Bambi? Oder ist das schon? Das war aber haar scharf, du. Da steht ja schon wieder das Ding. So, dann wollen wir mal aufmachen. Aufgemacht. Ich habe schon mal erwähnt, dass sie ganz schön wie tun. Ich brauche andere Kopfhörer. Okay. Das ist so freundlich. Brezel. Kein Hotdog, sondern Brezeldog. Das ist ja cool. Da ist die Garage. Ach, das ist was zu essen. Aber hier. Den eigenen Burger bauen. Hm, wie geil da, Roschminder. Hier ist nichts. Ich glaube, das Spiel könnte was werden. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Okay. 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 Oh nein, Mollys Flugzeug ist oben, Rebel Barrel Woods abgestürzt. Tollten Stahl abgestürzt, Rebel Barrel Woods abgestürzt, Rebel Barrel Woods abgestürzt, Rebel Barrel Woods abgestürzt. Okay, die raten sich lieb. Die haben echt alles gemacht hier. Olli, was ist passiert? Hey, der Bläh. Ich bin hier durch die Welle geflogen, aber plötzlich konnte ich nichts mehr sehen. Nein! Schaut so aus, dass beim Rauchschirm sie zum Schutz gebracht hat, ne? Sahle, ich hätte wissen müssen, dass du dahinter steckst, ne? Naja. Nein, jetzt hat er sofort wandelt. Ich hoffe, die machen noch die Wasser-Zunge ein. Oh-oh. Boss-Comp. Ah! 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 What the ffff? Okay. Das ist das Landingpad, von dem sie vorhin gesprochen haben. Okay. Hier kann ich keinen Doppelsprung machen. Schade. Geht's denn hier? Da? Ah, da hat sich was versteckt. Guck mal. Oh, ein Schaf. Oder Pudel. War nicht genau zu erkennen. Oh, no. This is horrible. Looks like Molly crashed into the right again. Don't worry, though. Your pal Radley has the repairman on speed dial. We're sorry. The number you have dialed has been disconnected or is no longer in service. Okay. Check the number and dial again. Du, du, du. Say, why don't you check out Molly's Landingpad? It's not far from here and it's a great cool down after that exhilarating line. Just take a down from Molly's rooftop races. Hä? Da war ich doch gerade, demd. Hä? Muss ich da jetzt hin? Jetzt wird's wieder so dunkel. Ähm. Ach, wir waren noch nicht drin. Das ist aber eine große Demo, du. Oh, nein. Oh, schade. Ich dachte, die werden fliegen. Oh, nein. Ich dachte, die werden fliegen. Welchen Code gebe ich denn ein? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Wir haben, ah, ich glaube, Felderanzahl. Lila. Eins. Zwei. Mal gucken. Eins. Das ist drei. Säge. 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 perso. Säge. 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 fis. аровp battery служking. Oh, das war nicht richtig. War nicht richtig. Haha. Grünes Dreieck. Ach, guck mal, jetzt kriegen wir alles raus. Sowas mag ich ja. Grün. Das ist ein Dreieck. Okay. Merken. Blau ist ein Stern. Hallo? Dann haben wir aber nicht viel gekonnt. Ja, ist ein Stern, ja. Toll. Ich glaube, ich habe etwas übersehen. Oh, die Musik. Wenn die so komisch... Warte mal, wir sind hier dem Vieh hinterher. Nicht hier durch, ne? Gelb ist ein Kreis. Ah, jetzt sind wir hier wieder. Okay, wenn gelb ein Kreis ist, vielleicht ist ja noch irgendwo was anderes. Ah. Rot ist ein Stern. Und dann können wir den letzten wahrscheinlich ausprobieren. Oh, ich kann ja nicht raus. Das ist eine Scheibe vor. Aus Sicherheitsgründen. Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann probieren wir es mal. Lila scheint richtig zu sein, weil dadurch ist ja hier irgendwas in Bewegung gesetzt worden. Blau hatten wir. Gelb ist ein Kreis. Und Rot war ein... Oh. Und Lila haben wir probiert. Und deswegen... Kommt weit jetzt hin. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Oh. ... ... ... Woh! Woh! Nein, 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 nein! Ich war immer ganz artig! Wirklich! Ich hab nichts gemacht! Bitte, 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 bitte! Wo bin ich denn jetzt denn? Shit, 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 ist hinter mir! Ich hör's an! Ich hör's an! Oh, goooott! Ich poltert was da lang! Mach die Tür auf! Come on in, you staff! Welcome to the Rambly's Wrangler's Registered Room! Here we have plenty of amenities and... Okay, okay. I can see in your facial tracking that you're scared, angry, upset. Ach! Transparency is an important part of our policy here at Indigo Park, so... I need to be honest about something. The park has been inactive for years. Employees stop showing up. Guests, too. The mascots are... I just was so excited to see a visitor and I wanted to be sure you were given the best experience possible. But I was confined to the entrance for so long, I didn't realize just how much disrepair the park is going into. Wasting all of your fun time. Eh, sorry for the yinke. But, but, I have an idea. I have access to the repair documentation in my database. I just can't execute most tasks without authorization from a human user. You must have come here because the park matters to you too, right? Would you be willing to help me restore the park? You can see in your facial tracking data that you aren't opposed to this. Oh, I'm so excited! Let's get this place back in business! Yes! Wie hieß das mit dem Sesamstraßenspiel? Weißt du, was ich meine? Es hat ähnliche Vibes. Ähnliche Vibes. So, ich muss mal eine Sache gucken. Ich hatte gerade eine Eingebung. Und ich hoffe, diese Eingebung ist nicht korrekt. Oh, oh. Weißt du, was sein kann? Ist nicht wahr, oder? Ahem. Es kann sein. Nee. Dass der Fehler mit dem Audio bei mir lag. Oh, oh. Nee. Oha. Genau, Friendly Neighbors oder so, genau. Kann es sein, dass das mit dem Ton bei mir lag? Ich habe mich gerade gewundert, warum Gespräch das auch passiert ist. Ich vermute ganz stark, ich habe gerade gesehen, das Ding ist hier so almighty. Ähm. Auf dem Audioausgabe, also das, was ihr hört, ne. Also vom Spieleton, was ich rüberschicke, war ein Filter drauf. Ach du Scheiße. Jetzt würde mich mal interessieren, wie viel jetzt wirklich da drüben ankommt. Wollen wir warten, jetzt ist der Effekt nicht mehr. Okay. Welcome to the crew, Rookie Wrangler. Registered. Your first official job is one of Rambly's Wranglers. Registered is to get out of the Rambly's Wranglers Register room. Head left towards the Rookie Wranglers. Security room to set yourself free. Yeah. Kind of exhausting to say that whole Spiel. A Rambly's Wranglers Register. Is a registered trademark. That expired yesterday. Also dieses Mixerboard hier, was hier da ist, kann auf unterschiedlichen Kanälen, also sprich Mikrofon, aber auch der Spieleton, weil ich nutze ja, der hat zwei USB-Ausgänge, ein USB-Ausgang oder ein USB-Kanal ist mein Rechner, mein Spielrechner. Da kommt der Ton nämlich her, den ihr hört. Also nicht den vom Mikro, sondern vom PC. Und der geht nämlich zur Verarbeitung an meinen eigentlichen alten Rechner, jetzt den Streaming-Rechner. Und damit ich Dinge höre, beziehungsweise rückkoppelt, ist der ja auch per USB angeschlossen, geht auch durch den Mixer. Der Kanal, also der USB-Kanal, der letztendlich von meinem Rechner rüber zum Streaming-Rechner geht, hat den Verarbeitungsfilter drauf. Das heißt, der hat, na, wie schimpft sich das Ding hier? Warte mal, jetzt ist das gerade der Kintone. Ein Noisegate hatte der drauf, der hatte einen Kompressor drauf, einen Equalizer. Warum auch immer der das drauf hatte, er hatte es drauf. Denn eigentlich gehört das nur auf das Mikrofon. Und wahrscheinlich die Kombination dessen hat das jetzt ein bisschen... Geht das hier noch? Hallo, hallo, hallo. Ja, das geht auch. Die Kombination dessen hat das wahrscheinlich alles so komisch darstellen lassen. Weil es wird ja da zusammen gemischt. Und hier noch nicht. Und hier noch nicht. Du bist ja. Und hier noch nicht. Das ist ja auch. den ganzen Kameras hier. Aber wie gut, dass wir das mal ausprobiert haben. Ich hätte den Fehler sonst nie entdeckt. Und das erklärt nämlich auch, warum das Laufen diesen komischen Effekt produziert hat. Wegen dem Noise-Gate. Krass. Technik. Ich dachte, das ist ein Sammelgegenstand. Da fehlen nämlich noch ein paar. Das sind für Treppen. Also muss ich ehrlich sagen, mir fehlt das Spiel. Hey, buddy. Doch ein Pool. Jetzt ist es natürlich wieder ein bisschen lauter. Dann drehen wir mal ein bisschen runter. Gucken wir mal. Boop, 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 boop. Wow, wo hast du das? Rambleberries sind mein Favorit. Oh, wenn ich nur aus dem Schrauben könnte, um einen großen Biss zu nehmen. Nicht essen! Dann werde ich einen Tag noch ein bisschen machen. Okay. Okay, fehlen noch drei. Jetzt hat man den Effekt nicht mehr. Okay, ich muss da lang. Da lang. Und? Spiel Demo Kapitel 1. Hey, buddy. You okay? You look kind of tired. Do you need a moment? Don't worry, it's fine. I don't blame you for taking a rest after all that. Heck, I could go for a nice relaxing defragmentation myself. But before you settle down, you up for a little survey to help us improve the park? Thanks for visiting Indigo Park. Hope all your dreams came true. If you've got some time and you're up for a lark, stick around for the Rambly Review. I'm here to offer my best to each valuable guest I assist. And lots of happy feedback ensures I get to exist. Let's try it. Were you satisfied with the rights? Yes or no. Were you satisfied with your guide? I sure hope so. Do you plan to come back? Will I see you again? Did your experience convince you to tell a friend about us? Did I earn your trust? At Indigo Park, there is a stark contrast to everything I know this place should be. But out of the dark, you've given a spark of sunshine to this kingdom's faithful devotee. At Indigo Park, I know all of this isn't fair to you. It's an awful lot to ask. But here comes Rambly Review Part 2 to sell you on our task. I'm here to view and assess each valuable guest as I learn. And lots of happy feedback ensures you're gonna return. Right? I'm so happy you rode a ride. And saw the show. I'm so happy to be your guide. More than you know. So come back anytime. I'd love to see you again. In all my thousands of days, I've never had a friend like you. At least I hope I do. At Indigo Park, there is a stark contrast to everything I know this place should be. But out of the dark, you've given a spark of sunshine to this kingdom's faithful devotee. At Indigo Park, more than my remarks are mysteries. Even I don't know what we might find. But fight through the dark, and I'll be your spark of sunshine to get you out of any find. Till all my old friends are united again, and I won't feel so left behind. Okay, I'll let you go. See you next time, buddy. Please. Ist ja geil. Das ist ja mal richtig ein einzelner Entwickler. Natürlich mit Support. It's a full-on passion project that we've been working on for a little over a year now. Okay. Okay. If you enjoyed your experience with Chapter 1, consider supporting our socials if you want to see Chapter 2. Klar will ich das sehen. Definitiv will ich das sehen. Das ist cool. Also mir hat das sehr gut gefallen. Blends aus, ja. Mir hat's sehr gut gefallen, weil... Weil halt... Ist das so eine Mischung aus ein bisschen... Portal? Dieses... Hello, Friendly Neighbors oder wie es sich schimpfte, ne? Ähm... Namenfloh. Also super Sache. Cool. Gut. Ja. Das war Indigo Park. Schönes Spiel. Schönes, schönes, schönes Spiel. Mal gucken, was wir jetzt gleich reinwerfen. Aber hier ist für YouTube Feierabend, ne? Und deswegen... Tschau, tschau. Und geile Mucke hatte das Ding. Und...